Wie man im E-Portfoliosystem Mahara seine erstellten Seiten und Sammlungen mit anderen teilt. Die von mir erstellte Seite ist zunächst nur für mich sichtbar. Ich kann den Zugriff aber öffnen und die Seite mit anderen teilen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist, ich gehe in den Bearbeitungsmodus und klicke auf das Schloss. Die zweite ist, ich klicke diese drei Punkte bei der entsprechenden Seite an und gehe zum Schloss. Und die dritte ist, ich gehe über Erstellen, Seiten und Sammlungen zu meiner Übersicht, sehe hier alle von mir erstellten Seiten und Sammlungen und kann von dort aus den Zugriff auf die entsprechende Seite verwalten. Ich kann meine neue Seite für bestimmte Kontakte, für eine bestimmte Gruppe, für bestimmte Personen freigeben. Ich kann die Seite auch öffentlich im Internet freigeben. Ich kann entscheiden, dass ich die Seite für alle meine Kontakte, die bereits bestehen, freigebe oder für die Institution Lernraum innerhalb der Mahara-Instanz oder eben für bestimmte Gruppen, die dann, wenn nicht Gruppen angehören würde, hier aufgelistet werden würden. Als erstes möchte ich meine Seite mit einer bestimmten Person teilen. Diese Person benötigt erstmal keine bestimmte Rolle und ich schränke den Zugriff auch nicht zeitlich ein. Für die Person, mit der ich die Seite geteilt habe, sieht das Ganze dann so aus, dass sie zum einen eine Benachrichtigung bekommen hat, darüber, dass sie einen Zugriff erhalten hat und zum anderen unter den neuesten Änderungen auch direkt auf dieses Portfolio zugreifen kann. Sie kann sich diese Seite anschauen und wenn es erlaubt ist, was standardmäßig der Fall ist, dann kann sie hier auch einen Kommentar abgeben und den Kommentar speichern. Ich als Erstellerin der Seite kann den Kommentar logischerweise lesen, könnte ihn im Übrigen auch löschen und könnte auch darauf antworten, wahlweise privat. Jetzt möchte ich meine Seite auch noch mit anderen Personen teilen. Beispielsweise kann ich entscheiden, dass ich die Seite mit all meinen Kontakten teile oder und, dass ich die Seite mit der Lernrauminstitution innerhalb der Mahara-Instanz teile. Als Erstellerin der Seite kann ich diese auch öffentlich machen, indem ich eine neue geheime URL erzeuge. Geheim heißt, dass die Seite nicht gelistet ist, also ich muss den Link direkt weitergeben. Personen können dann aber diesem Link folgen und die Seite sehen. Sie können auch die Kommentare einsehen, können aber selbst nicht kommentieren. Über das Stiftsymbol kann ich den Zugriff von außen auch einschränken. Über ein bestimmtes Datum hierfür gebe ich ein Datum und eine Uhrzeit ein, ab wann der Zugriff bestehen soll und ein Datum, bis wann er bestehen soll. Nach diesem Zeitpunkt ist dann ein Zugriff auf die Seite nicht mehr möglich. Ich kann in der Zugriffsverwaltung meine Freigaben natürlich jederzeit auch manuell löschen und auf der Seite Teilen von mir freigegebene Seiten kann ich immer kontrollieren, welche Seiten ich eigentlich mit wem geteilt habe. Unter Erweiterte Option kann ich einstellen, ob ich Kommentare generell ausschalten möchte oder ob ich sie moderieren möchte. Das heißt, sie sind erst mal privat, bis ich sie freigebe. An dieser Stelle könnte ich auch einstellen, dass andere Personen meine Seiten und Sammlungen für sich kopieren dürfen. Das ist standardmäßig ausgeschaltet.